so liebe leute willkommen zurück weiter geht es mit einer kleinen spannenden folge bei glubart wir hatten irgendwie die menschenfresser gemacht super nervig hab da einiges an seelen verloren halb so wild auf die gefahr hin dass auf jeden fall gleich der dhl mann klingelt und uns hier aus dem spiel rausreißt so werden wir jetzt erstmal unsere seelen verfüttern die eine oder andere konnten wir ja retten damit wir vielleicht das eine oder andere in hellchen auch steigen können grundsätzlich bin ich eigentlich mit dem milch hier ganz zufrieden das bein zuckt ja moment ja sieht schon viel besser aus wenn wir ein paar punkte mal investieren dann wollen wir auf jeden fall uns das event beim alten mönch angucken der der endboss ist wir wollen auf jeden fall gucken dass wir uns nun machen machen können das wird auch noch sehr spannend also sprich mondlicht waffen das ujigatan habe ich da speziell im blick was mir am liebsten ist bei einem spellsword man kann es so beliebig sage ich jetzt mal 13 stück die sind wahrscheinlich nix wert was ist das hier für eine unbekannte heldenseele gut als reine mit die sind jetzt 200 wert ja ich hab's gewusst egal also ich werde ich werde auf jeden fall gucken dass ich mir das ujigatana mache da möchte ich bei dem speziellen event beim mönch gucken dass ich als invader zum alten mönch werde also da gibt es noch eine spezielle sache die kann man nur online machen und wenn man dann quasi es ist super geil so ein bossfight also das finde ich die idee des jahrhunderts eigentlich sowas noch nie erlebt gut ich bin jetzt auch nicht einer der jedes spiel gespielt hat oder so aber beim alten mensch ist es so wenn man da hier wo ist er diesen schwarzen stein benutzt den da den schwarzaugen stein und dann rein zufällig ein menschenform da ist ja und den grad machen will dann beschwert dieser mönch dich zu sich und du bist dann quasi der boss und kämpfst dann gegen ihn an und das ist also fantastisch und wenn man dann gewinnt gewinnt nicht immer aber wenn man dann gewinnt dann kriegt man so ein so ein turban so ein mönchsturban und mit dem kann man noch mal immens seine spellpower steigern und deswegen ist das genau das richtige für unsere spells wert und deswegen kommt hier eine kleine korrektur von mir ich habe gesagt ich hätte ja irgendwo ein fehler gemacht dass ich meine weiße körper tendenz riskiert habe ja in dem sinne ist es schon richtig und zwar hatte ich ja skerber in körperform getötet und als phantom ihn runter stürzen lassen das zählt dann nicht als kill und und ist dann negativ hat er negative ausführung auf die körper tendenz das ist aber halb so wild weil nämlich ich sowieso zum invader werden will bei dem alten mönchen und dann riskiere ich meine körper tendenz sowieso die geht dann sowieso richtung dunkel deswegen ist es auch nicht schlimm das heißt also in diesem durchlauf in diesem ersten wenn man so rum macht um mehr spellpower zu haben um es leichter im spiel zu haben riskiert man seine körper tendenz sie ist schwieriger auf weiß zu bringen und somit kriegt man diesen friends ring nicht also diesen den den ring des freundes oben beim bei mir heißt er bei dem knallen knilch bei dem buddha knilch da oben nach wer hat es bei dem monumental genau so und wenn man und wenn man den ich krieg das ist halb so wild ja das ist halt ein ring der ein wenn man als blaues phantom unterwegs ist also wie der hier drüben verstärkt er ein paar sachen ja so umgekehrt wenn man die charakter tendenz richtung richtung rot richtung dunkel macht kann man später ein event hier starten das auch noch wichtig ist da kriegt man diverse items und den ring des feindes oder post ring zu englisch der ist mir tausend mal lieber weil ich bin sowieso so ganz so jetzt gucken wir hier zwei drei stufen machen können wir gucken mal überhaupt diese aufgeteilt sind also in kraft suchen also eigentlich gefällt mir alle schon fast ganz gut wir müssen mal gucken 18.000 sehen kostet der ganze kram in was man jetzt am liebsten investieren würde ich finde kondition und vitalität sind eigentlich okay intelligenz ja ich kann drei gute sprüche mitnehmen das reicht für den ersten durchgang auch das heißt im prinzip würde ich jetzt echt versuchen die magie maxim zu maximalisieren ich glaube das ist mit das wichtigste erstmal das ist überhaupt nicht schlimm so das heißt wir machen jetzt hier wieder uns ein bisschen gräschen rein vollmond gras haben wir noch und natürlich unsere gewürze ich sag ich mal ich stocke das mal auf 30 auf ich habe gerne immer ein paar dabei weil dann kaste doch schon das ein oder andere ding auf jeden fall eine runde reparieren das halbmond fällchen das werden wir auch noch behalten bis wir das mondlicht uchigatana machen können da warten wir noch ein momentchen das geht schon so was haben wir hier frisches gewürz noch mal fünf dazu die frage ist jetzt was ich mit diesen 11.000 punkten da oben mache weil ich habe ja schon ich habe ich schon die ein oder andere scherbe gefunden aus welt 3 das heißt was man jetzt machen könnte da wir sowieso glaube ich weiße tendenz haben gucken wir mal turm von latria ist weiß könnte man eigentlich die weiße welt tendenz events jetzt machen und die befinden sich wenn mich nicht alles täuscht alle in welt 3 1 da muss man einmal ridiel befreien als das blaue phantom und es gibt noch einen versteckten gang wo man noch die ein oder andere scherbe findet und man könnte natürlich noch mal in 3 1 auf jeden fall den lizard jagen also der droppt ja auch noch ein paar scherben das könnte man machen wo war der in 3 2 bin gerade überlegen ja stimmt der war da oben da könnte man auch noch mal hingehen genau da erstmal das weiße welt tendenz event weil dann ist das ding etwas dunkler und je dunkler die welt ist desto besser droppen die items weil beim letzten lizard kurz vor dem alten mönch kurz vom boss nebel der droppt nämlich die 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 reine mondlichtscherbe und die ist mir extrem wichtig weil wenn ich das wenn dann will ich das uchigatan auch gleich auf plus fünf bringen und dafür brauchen wir eine ok wo wir uns ein bisschen erleichtern können an items jo gott ist ja alles alles kann man hier bleiben es kann auch hier bleiben so die dämonen seelen mein gott wir nehmen sie mal mit wir können natürlich noch gucken ach ja also da aber schon einiges an scherben gefunden die scherben sind noch nicht so der bringer ja also das ist nicht so der knaller man könnte 3 1 bei der händlerin noch mal gucken was die so verkauft wenn die gut was verkauft dann können wir noch mal gucken ob man da nicht irgendwie noch mal was zusammen kriegt okay hier aber mond kurzschwert das brauche ich nicht das brauche ich nicht den kann auch hier bleiben das kann hier bleiben wir nehmen unser standard k mit so wie wir es gewohnt sind das haben wir noch düstere rüstung silber armbach behalten aber falls wir dann doch irgendwann uns darum entscheiden fahren zu gehen und hier war eigentlich soweit auch alles so welche welt wollten wir denn dunkel machen das war schrein der stürme wenn mich nicht alles täuscht das heißt da gehen wir kurz rein und sterben das war ja das war ja dieser endlosfall übrigens schrein der stürme ist super hart zu spielen wenn es komplett dunkel ist das werden wir dann auch noch demnächst mal uns angucken können aber hier 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 bringen uns jetzt erstmal um die ecke diesmal nicht vergessen die blutlachen mitzunehmen das letzte mal haben wir sie liegen lassen weil ich gesagt habe ach die baseelen da aber ist ja auch richtig ja ich meine ich meine sie braucht ja kein mensch ja das das waren das waren so ein paar wenige das ist das ist dann wirklich urscht ja so ist einmal runter vielleicht wenn man sich zwei dreimal beschieden lässt ja dann fällt man nicht mehr ins unendliche ne das geht schon wieder los das ist doch geil ja eine minute video im freier fall ja was soll das denn ja ich verstehe das nicht ja normalerweise fällt man hier runter zack boom fertig ja kann man ranzoomen oder so ne gell vielleicht muss ich vielleicht muss ich mich ein bisschen bewegen oder schlagen auch nicht was carsten geht auch nicht kann ich mal die waffen wechseln ich bin mir sicher ich bin eigentlich schon tot das spiel des a jetzt nichts mehr übrig von der guten frau ich könnte jetzt sogar wetten das könnte sogar sein jetzt passt auf jetzt ich könnte jetzt sogar wetten dass meine blutlache hier gar nicht wer liegt achtung die mod doch aber genau am rand seht ihr das das gibt es doch nicht das heißt das heißt quasi drei sekunden länger fall und die blutlache der sonst wo das war unsäulich das ist ja also sachen gibt es vielleicht sterbe ich das nächste mal einfach in welt 1 äh welt 1 bahn bei glumart ich bin sie durch den wind ich war ständig auf der l das ist halt das blöde ja ich meine haben wir da noch was bestellt wollte das heute mal alles auspacke aufbauen was weiß ich ja und habe momentan ein bisschen urlaub ja deswegen genieße ich einfach die zeit frau 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 ist weg ist auch in urlaub super so kann es weitergehen ok warum habe ich eigentlich nicht so normales gras noch oder so das kommen ja so 20 gras sowieso ein bisschen wenig ja noch so was das ist das kann man alles mal mitnehmen das kann man alles mal futtern neumond gras ja das ist schon das ist schon gutes aber ach die sind so selten die brauche vielleicht für ganz spezielle dinge später so schauen wir mal das können wir erst mal rausnehmen wobei das nehmen wir erst mal generell und den rest den futtern wir dann einfach so wenn es kritisch wird ok so ab in welt 3 1 weiße welt tendenz machen gute patches ach so was was verkauft denn der so ja 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 da kann man auch noch gräßige kaufe hier im inventar ja dann haben wir reichlich gras das passt schon das heißt das billige ist auch das erste was ich erst mal verbrauchen werde das hier ja genau so welt weiße welt tendenz events turm von latria auf geht's wie üblich spiele ich auch wieder offline ja einfach um die um die tendenzen halt noch kontrollieren zu können das kann man natürlich irgendwann lockern das das machen wir jetzt aber im ersten durchgang machen wir das erst mal so später mal gucken also ich zeig sowieso nur einen durchgang also ich wollte jetzt mehr oder nicht zeigen ich versuche euch nur einfach alles mal ein bisschen zu zeigen wo man wo man was findet damit ihr dann halt wisst ok so gehen die durchläufe weil im prinzip ist dann jeder durchgang sowieso eine wiederholung es wird alles natürlich schwerer weil die gegner natürlich auch happiger sind das ist ganz klar ja und ja ok ja hier sind wir und wir machen uns einfach mal auf den weg und zwar direkt hier rechts rum und erledigen wir einfach jetzt mal die weiße welt tendenz events das erste was wir machen werden wir werden redel befreien der müsste ach so jetzt ist natürlich klar da man hier alles geöffnet hat muss man ein bisschen aufpassen weil der ein oder andere hier in diesen zellenblocks die sind ein bisschen aggro also nicht da einfach jetzt so oder reinmarschieren so locker flockig das könnte sonst das könnte sonst wehtun so der der oktopus heini achso bei der händlerin kann man natürlich gleich die ist ja da vorne die singende frau können wir gleich nochmal gucken was sie uns so verkauft dann können wir uns das vielleicht mal merken falls uns die eine oder andere scherbe noch fehlt das ist ja ganz dahin noch mal her jetzt oh oh wie schnell der ist ne klatsch aber wir haben hier gelernt von unserem truppen truppenunfall dass die wunderbar mit feuer gehen okay so gucken wir mal gute frau was hast du denn so gegenstand kaufen steinchen ja okay also hier könnte man sich noch zur not für jeweils 3000 diese mondlichtsteinscherben holen ja können wir uns mal merken müssen wir nicht ja ähm jetzt haben wir mal frische gewürze mit ah wenn wir schon mal so flüssig sind dann müssen wir eins wieder du bleibst noch ein bisschen ich guck mich noch ein bisschen um so okay wo waren denn noch mal wir müssen hier durch bis